hey leute willkommen zurück bei let's play thief ja wie ihr sehen könnt bin ich jetzt nicht an der gleichen stelle wie am ende der letzten episode das liegt daran dass ich mir mir oder beziehungsweise ich habe mir den weg nicht gespart aber ich habe euch den laufweg erspart und bin halt jetzt direkt bei vitori gestartet das spiel hat ja so viele laufwege und ich glaube ich werde das jetzt öfters machen dass ich so ein paar wege wo eh nichts passiert auf dem ganzen weg dass ich das dann halt überspringe genau jetzt beenden wir mal den auftrag hier ich hoffe euch wiederzusehen wunderbar mein schädel ist zurück ihr werdet treffen einen fremden bald groß dunkel gut aussehend kalt der schwarze bogenschütze schlagzeile jahrmarkt besitzer verschwunden ja wieder super lüppensynchron hier okay was ist das für dialog kann ich euch wirklich nicht für den jahrmarkt begeistern die legende in leder es freut mich immer zu sehen also es ist schon mal die eine sache dass die dialoge die lüppensynchron sind dann kommt aber auch noch so eine geschichte dass ich das gefühl hatte dass der zweite teil von dem dialog ist ja eigentlich am anfang kommen sollte aber naja keine ahnung ich schaue ob ich mein inventory vielleicht noch aufstocken ja das weiß ich natürlich mein freund ich habe 688 gold kann ich werkzeuge kaufen kann ja glaube ich nicht schaden aber sicher schatz bei feiern aus vorher verbreite ich wirklich was ich hoffe mal zwei wasserpfeile stehende rest brauche ich nicht unbedingt okay ach ja noch zur info ich habe jetzt ein neues mikro wir können hier im comment bereich schreiben ob es euch besser gefällt als das alte also ich finde es schon mal deutlich besser und ehrlich gesagt ist das alte auch kaputt gegangen deswegen hatte ich jetzt auch gar keine andere option als mehr neues zu kaufen ich muss erst mal raus weil die karte hier ein bisschen beschränkt ist im gebäude aber eigentlich kann ich jetzt auch schon die bankaufgabe machen muss ja nicht jede kleine schutzel aufgabe erledigen ich meine bankaufgabe ist auch keine hauptaufgabe aber dann noch ganz cool ich muss ja sowieso raus ja und jetzt kommen wir wieder die vier berühmten war herr laufwege zum handel der darum läuft ja komm bewegt ich genau da wollte ich nämlich gerade lang gehen weißt du was der kriegt jetzt mal eine auf die bütze ein bisschen seltsam dass die fackel automatisch ausgeht aber naja soll mich nicht stören was war hier noch einer auf gott du hast nichts gesehen aber der hat es gesehen oh gott oh gott ich muss weg nein ich kann nicht weiter weil der namenz zustand ist oder was ist das ein scheißdreck ich hasse wachen mit fackeln wirklich ist eigentlich ein unding dass hier mit fackeln rumlaufen naja jetzt habe ich leider nahrung verbraucht aber what wanna do wie der schlechte engländer sagt so ja da drüben ist wieder der eine der mich jetzt der mich nicht zieht ok chillt da auch um oder was das war nämlich jetzt ein bisschen offensichtlich wie ich da rausgekommen bin aber was solls ach komm schon was wieso sind hier so viele wachen gerade was ist da los ja ist der eine typ immer noch hinter mir ich glaub's nicht ey alter das ist doch nicht zu glauben ich glaub's nicht ach das ist es ist unfassbar ey sowas ist mir noch nie passiert ja das ist so ein also mir fehlen da gerade echt so ein bisschen die worte ja die sache ist die ich ich hab das spiel ja schon also wie viele sind denn da irgendwas ist anders an dir moment ich hab's du stinkst nicht nach schweiß oh das macht mich grad sauer was ist das denn für eine scheiße gewesen ja die sache ist die ich hab das halt schon also die stelle also ich hab das spiel eigentlich schon durchgespielt im prinzip ähm war das dann immer so wenn wenn man durch solche städtebereiche wie hier geht ich lauf nur noch an den gegner vorbei ich renne vorbei geh vorbei werd eigentlich nie gesehen oder erwischt ich check nicht was los war also normal hat das immer so ein flow das im prinzip das man eigentlich gar nicht entdeckt wird ach ist das zum kotzen ich hab so viel nahrung verbraucht das ist wirklich ey das tut mir jetzt grad echt leid das war ja dilettantisch war das halt mal die fresse da drüben das gibt's doch nicht weißt du bewegt sich auch kein millimeter von der stelle weg ach am liebsten ach verpiss dich doch das gibt's doch gar nicht oh man du versteckst dich gerne was nee überhaupt nicht ich will einfach nur vorbei du blödes stück scheiße das gibt's doch gar nicht ich bring dich um langfänger ja wenigstens können die im nahkampf nichts im wohnen 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 sage ich schon ich meine natürlich am wohnen ey unfassbar wohnen wohnen wer denn schon wieder wer hat mich schon wieder gesehen ich hör das doch schon wieder dieses blöde Geräusch oh man ach es kommt einem vor als würde ich das grad zum ersten mal spielen dabei ist das schon mein viertes Spiel aus der Reihe und wenn ich jetzt mal so die Durchgänge im ersten und zweiten Teil mitrechne so das zwanzigste Mal dass ich ein Thiefspiel durchspiele und stelle mich an wie ein blutiger Anfänger naja ich besser mich ich verspreche es zumindest hoffe ich dass ich das einhalten kann ok was machen die da ne der Mario Götze oder wen meint er da was stinkt da so du hast dich angepisst ja sorry was soll ich machen mich haben lauter Wachen verfolgt ich behalte dich im Auge und jetzt hau ab so das war jetzt auch mal wieder sehr risikobehaftet aber ist ja jetzt mal gut gegangen aber sowas meinte ich eigentlich im Prinzip man kann auch durch also man kann wirklich auch im hellen mal ab und zu durch und im Prinzip sollte man nicht so schnell entdeckt werden aber also keine Ahnung was da jetzt grad schief ging ich hab grad leichte Hänge merke ich grad ich weiß nicht also ich speichere auch relativ häufig also ich benutze ja permanent den Autosave ob das jetzt damit zusammenhängt aber irgendwie bei den letzten malen kann man das nicht so vor hm muss ich mal ein bisschen drauf achten ist eigentlich ein neues Notebook das dürfte jetzt nicht sein naja ist halt kaputt muss mir gleich wieder ein neues kaufen ähm ja hier gibt's nix aber wir kommen auf jeden Fall mal durch doch ich hab leichte Framerate Einbrüche also ihr seht das ja nicht ich hab ja ähm ich hab ja Fraps am laufen um das hier aufzunehmen und das zeigt mir immer die ähm FPS Zahl an und normalerweise limitiert Fraps die auf 30 FPS aber jetzt sind's äh immer knapp unter 30 also so 25 sowas im Dreh oder 22, 23 das ist nicht gut okay hier sind immer zwei Wachen das heißt ich muss ein bisschen warten ja ja beim Speichern geht die schon mal massiv runter die FPS Zahl wird dennoch hm schuld mir leid es ist grad nicht so flüssig wie es eigentlich sein sollte ich werd mal ein bisschen an Einstellungen rumspielen aber das mach ich dann auch erst in der nächsten Folge okay das dreht euch bitte nicht um sonst bin ich nämlich richtig gefickt ne ist nochmal gut gegangen okay ja 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 dein Herz macht das nicht mehr lange mit ich weiß ich weiß völlig außerform ne gute Garrett komm hat er mal ein Jahr nicht trainiert schon geht da gar nichts mehr hm 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 so wie gesagt ich mach jetzt erstmal den Bankauftrag und das war's dann auch mit Nebenmissionen weil also normalerweise bin ich bin ich ein absoluter Freak was das angeht wenn es irgendwo noch so kleines Fützelchen an Nebenmissionen gibt muss ich immer gleich alles machen ähm hab ich da schon mal reingeschaut ich schau jetzt mal ähm aber in dem Fall macht das ja auch nicht so viel Spaß glaub ich dazu zu schauen weil die Missionen sich dann also die kleinen Nebenmissionen sich schon ziemlich ähneln hey Mond Nahrung wär mir zwar lieber gewesen aber egal sonst noch was hm oh was haben wir da Köder und Schalter lesen wir uns doch mal durch oder schauen uns das Bildchen an ähm ja ich hab's glaub ich schon mal erwähnt ähm hinter so bestimmten Säulen äh oder ne Säulen sind's nicht sind Obelisken ähm sind Schalter versteckt also hinter solchen abschraubbaren Schildern oh da vorne ist übrigens so ein abschraubbares Schild ähm verstecken sich dann Schalter ich weiß aber nicht 100 Pro was die genau auslösen beziehungsweise sie müssen glaub ich in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden um grob etwas auszulösen falls da irgendjemand eine Ahnung hat was genau da passiert kann er gerne schreiben würde mich nämlich auch mal interessieren ja Moment das ist der richtige Auftrag nicht dass ich jetzt sie einen Scheiß mach zur Bank doch das ist der der halt hä aber der heißt der Bankrop wo steh ich denn grad ach ich bin da auf der falschen Seite ok ja ja ich hätte auch einfach nur den Fall folgen können ach ich weiß nicht was heute los ist komplett verplant läuft da hier durch die Welt aber jetzt endlich der schon lange versprochene Bankraub erinnert mich wie gesagt schon sehr an Thief 2 oder Dark Project 2 wie es im Deutschen hieß ähm wo es auch eine sehr 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 coole Bankraubmission gab ähm die halt besonders stimmig war weil es in Thief 2 ja diese dampfbetriebenen Roboter gab die dann auch durch die Gänge geschlurft sind sozusagen und das war richtig 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 spannend aber die Mission steht ihm eigentlich nichts nach und da sind wir auch schon Maschinen lassen sich nur schwer ablenken ich muss aufpassen ja ich glaube das ist nämlich eine kleine Reminiscenz an Dark Project 2 hier gibt es nämlich ähm Überwachungskameras und ehrlich gesagt ich bin mir nicht mehr 100% sicher aber ich glaube das ist fast die einzige Mission wo es die gibt hm ich muss mir erstmal einen kleinen Überblick verschaffen also da vorne war ja ein Typ mit einer Laterne ähm vor dem muss ich mich ein bisschen in Acht nehmen ja da ist er nämlich was ich glaube ich mache ist ich warte bis er hier einmal durch ist und dann folge ich ihm und schalte ihn dann hoffentlich gemütlich ab äh aus ok ok da kommt nämlich jetzt hierher ich hoffe jetzt mal dass ich hier in der Ecke sicher bin Gottes Willen bitte kommen nicht in diese Ecke vielen Dank jetzt müssen wir warten bis der andere Typ weg ist scheint weg zu sein wegen der schweren Gruben und Hunde kämpfen wegen der schweren Gruben und Hunde kämpfen wegen der schweren Gruben und Hunde kämpfen egal ok ich werde krank das spüre ich ich werde hier einmal rum ich werde hier einmal rum nehmen ich werde hier einmal rum nehmen die Nähe zu beschicken so nehme ich mir oder eigne ich mir sein sein Hab und Gut ein lege ihn mal schön in die Ecke hier und ok wer lässt seinen teuren Aschsprecher hier rumliegen die Laterne geht auch gleich aus das ist nicht so unpraktisch ok komm ich da nicht hoch doch schaut doch schon mal gut aus sind wir nämlich gleich drin was habe ich da gerade gefunden der verbrannte Smaragd Auszug 3 Beachwork lag zusammengekrümmt zu ihren Füßen er hat bestimmt kein Gold mehr bei sich sagte Rosser Furt zuckte die Achsen und beugte sich nach unten er durchsuchte die Leiche oberflächig und richtete sie sich mit leeren Händen wieder auf nachsehen schadet nie sie standen in Beachwork's ein Zimmerwohnung wer immer sie getötet hat wer immer ihn getötet hat er hat etwas gesucht die Kommode war leer ihre Schubladen daneben aufgestapelt und das Stroh aus der Matratze bedeckte den Boden ob die was gefunden haben ganz bestimmt ähm Rosser und Folten musterten das Zimmer anscheinend hatte sie ihr Glück verlassen sie wollten gerade gehen ähm als Beachwork plötzlich versucht etwas zu sagen ok ein Auszug aus einem Roman mal schauen ob der noch irgendwie interessant wird ich schaue jetzt mal kurz auf den Schrank nope da scheint nichts zu sein ähm ach ja hier interessanterweise das kann ich mal gleich zeigen das ist die Haupthalle ähm die mir noch ein bisschen zu unsicher ist deswegen werde ich jetzt erstmal schauen wo ich hier lang komme so eine Haupthalle gibt es nämlich auch so wie ich es in Erinnerung habe zwei Kameras die könnten ein bisschen ein Problem darstellen ah ok da weiß ich wo ich bin dann haben wir gleich das nächste Problem eine Zivilistin und auf den Schwierigkeitsgrad den ich habe darf ich die halt nicht ausschalten das heißt ich gehe doch über die Haupthalle wie gesagt sind sie ein bisschen problematisch aber hier gibt es ja auch noch einiges zu klauen deswegen schauen wir mal ok der Typ da drüben pennt ist schon mal gut ja da ist die Kamera ich bin mir nicht mehr sicher kann man die ausschalten ähm ich wüsste nicht wie das Problem ist dass ich nicht nur die Kamera hier habe sondern auch Typen die sich da hinten ähm die da hinter dem also nicht hinter dem Tresen sondern hinter dieser doch auf der anderen Seite von diesen Tresen halt praktisch stehen und die könnten mich eventuell sehen deswegen gilt es ganz 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 vorsichtig vorzugehen ich würde den Kerl so gerne ausschalten sieht die Kamera nicht hier rüber oder sieht die nur den Lichtkegel tja müsste also ein Flachmann ist jetzt weg ja ich glaube ich fangen wir am oberen Stockwerk an das dürfte auch ganz gut bewacht sein dumm da dumm da dumm da dumm hm das klingt ja interessant was sonst ich hoffe du hast ihn nicht legen lassen natürlich nicht hab ihn in ein Schließfach gelegt aha welches? weiß ich nicht mehr ich hab die Nummer in der Tasche naja dann wissen wir was mit zu tun haben rede mit Mrs. Mornas sie ist für die Sicherheit zu sein oh boy das war knapp ja das ist eine relativ schwierige Stelle deswegen mache ich hier mal einen kleinen Cut und ich sage wir sehen uns das nächste Mal wenn es wieder heißt Let's Play Thief hey ich mich rief hey 明 instinkt